Ah, ich habe keine Kugel mitgenommen, bestimmt finde ich gleich Kugel, also damit gibt es kein Problem. Holz habe ich ja dabei, damit gibt es auch kein Problem. Also dann geht es mal runter und dann geht es Ressourcen besorgen, ein bisschen Eisen. Schön, Skelett. Könnte, wow! Wow, du Wichser! Von wo kommst du? Von hinten! Ich habe dort alles ausgeleuchtet. Boah, ich habe mich so erschrocken, ey. Ich habe es bestimmt gemerkt an meiner Kameraführung, beziehungsweise an meinem Umgucken, wie ich so schnell umgeswitcht bin zurück. Boah, ich war voll erschrocken, weil ich habe die Lava im Gesicht, also im Auge. Und da, ich habe Angst halt vor der Lava, weil ich bin schon zweimal von der Lava gestorben. Und ich will nicht nochmal sterben. Und das ist echt nicht hier am Anfang des Trips hier, in die Höhle hier rein. Beziehungsweise, ich hoffe dir, das ist nicht so eine riesige Höhle. Aber ich habe gar nicht erwartet, dass hier überhaupt so eine Höhle ist. Aber solange es hier Eisen gibt, ist alles okay. So, Eisen, ja, Eisen, 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 dann geht es mal hoch. Also, so spontan kann man ja auch nochmal so kleinen Clubs hier einlegen. Oh, Kohle könnte ich gebrauchen. Ich habe ja auch nicht mehr so viel Kohle, könnte ich nur ein bisschen abbauen, habe ich letztens gesagt, dass ich beim nächsten Höhlegang ein bisschen Kohle abbauen werde. Da die Kohle, äh, Kühle. Da die Kohle ein bisschen knapp ist schon. Und da will ich halt noch ein bisschen abbauen. So, und hier ein bisschen Kohle abbauen. Tra la la, tra la la, lila, na na. Nein, da. So, da die Kohle. So, das ist auch jetzt die ganz Kohle. Dann geht es nach oben und dann geht es nach rechts. Was ist da unten? Keine Ahnung. So, hier nach oben. Äh, wop. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Jetzt hier nach unten. Ja, 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 ja. Ah, da ist Eisen oben. Eisen, hat sich versteckt. Ich muss hier alles abchecken. Ich will hier nichts hier unentdeckt lassen. Nein, Eisen, komm. So. So, okay, Eisen, komm her. Hopp, hopp, hopp. Je mehr, desto besser. Boah, die Höhle ist... Da sehe ich einen Zombie. Ich weiß nicht, ob ihr ihn seht. Da sehe ich auch noch ein Skelett. Hallo, Zombie. Tschüss, Zombie. Oh, scheiße, wie geht es runter? Und zwar richtig tief. Ha, 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 nicht durchbrochen. Genau wie in World of Tanks. Es ist mich die ganzen Typen nicht durchbrochen. Ha, ha, ha. Ja, ja, ich bin ich. Oh. Ach, das ist Lava. Ich habe gedacht, da war ich schon. Da ist aber nur Lava, okay. Lava, wie ich da schon angesprochen habe, ist ein gutes Zeichen. Könnten Diamanten sein. Diamanten können sich gebrauchen. Wer braucht es nicht? Auch im Real Life. Diamanten. Kohle. Na, beziehungsweise... Na, unsere Gesellschaft ist voll auf... Hallo? Was war das denn für ein Bug? Ist voll auf... Oh. Oh, mit Schiff komme ich nicht ran, aber ohne Schiff komme ich ran. Oh, sehr toll. Okay. Also, unsere Gesellschaft ist sehr auf Kohle angewiesen. Ist sehr auf Kohle aufgebaut. Wer Kohle hat, ist sozusagen der... Ja, mit den dicken Eiern oder sowas in der Art. Das ist... Na, nicht so schön, aber was soll's. Ist halt so aufgebaut in unserer Gesellschaft. Und dann kann man halt nichts ändern. Dann hat sich halt über Jahrzehnte aufgebaut. Und ja... Menschen wollten halt immer Macht haben. Ist zum Glück nicht so eine Machtlegitimation durch Gott oder so. Ist zumindest besser. Mit Geld. Ist das so. Ich hab keinen Bock auf die Hexe. Die vergiftet mich wieder. Deswegen knall ich sie mal ab. Tschüss, Hexe. Hallo. Bye, bye. Ja, jetzt ist ein bisschen tot. Oh, okay. Das war kein Skelett. Das war ich selber. So. Nein. Aber ich wollte hier die Kohle abbauen. Hier runter geht's. Hier runter geht's. Äh. Nein. Die Hexe kommt. Aufs Maul. Nein. Boah, wie viel überlebt die? Alter. Wie viel? Nein, die hat mich vergiftet. Die hat mich doch vergiftet. Die gibt's aufs Maul, du. Ey, viel überlebt die Hexe? So, ich baue mich mal zu. Wieder. Das muss sein. Junge, denn das muss sein. Scheiße, ich hab nichts mehr zum Zubauen, weil ich hab keinen Bock hier zu sterben. 15 Sekunden Vergiftung. Ich werde nur Leben haben. So, ich denke, ihr seht wieder nichts. Ich bin hier versteckt. Huh, huh, huh. Jetzt hier kurz verstecken. Ich trinke nochmal kurz. Das ist so eine kurze Verschnaufpause für mich. Scheiße, ich irre generell mein Leben nicht mehr. So, jetzt aber wieder. Okay. Hallo? Okay, da kommt das Leben langsam angekommen. Alter, die Hexe ist so besiegbar? Ich hab dich schon sowas von mit Pfeilen durchlöchert. Mit Schwert Köpfe abgeschnitten. Beziehungsweise Glieder abgeschnitten. Was weiß ich was alles. Und die sterben immer noch nicht. Sehr komisch. Okay. Ja. Da komm ich mal langsam raus. 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 Langsam rauskommen. So, das Abbauen. Ich hoffe, hier kommt gleich kein Monster. Kein anderes. Weil ich schwöre, denke ich, die ganze Zeit ein Skelet. Das packt mich ab irgendwie. Die ist irgendwo da unten, die Hexe. Stürb! Nein, du wirfst mich nicht mehr ab. Du so ein Bitch. Stürb! Ey, viel überlebt die. Da unten? Ne, ist auch kein Canyon. Die ist unbesiegbar. Die ist unbesiegbar. Stürb! Dein fucking Game. Fick dich! Fick dich! Fick dich! Nein! Was ist das denn? Mein jemand hat das Schwert hat 7 Damage. Was ist das für eine Hexe? Das klingt wie mega, ultra mega Boss. Hexe oder was? Dann kommt der Drop, keine Ahnung. 10 Diamant Stakes. Was weiß ich. Das wäre natürlich gut. Oh, geklid. Endlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und daraus nur ein Glowstone. Oh mein Gott. Boah, das war so eine Monster Boss Hexe. Sorry, falls ihr sie nicht genau gut gesehen habt. Weil es war ja ein bisschen unkel. Hab ich vergessen, auszuleuchten. Aber es war so eine Hexe, ey. Es war so eine Hexe. Ich bin mir so auf den Sack. Ja, 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 ja. So, jetzt hier hochgehen. Mal checken, ob es da wieder eine Hexe gibt. Das wird doof sein. So. Was gibt es denn noch? Gar nichts. Gar nichts. Komm, gib mir Ressourcen. Nein, Creeper! Ja, danke. Danke, hier Hülle, dass du mir einen Creeper. hier als Geschenk gibst. Hier, geht es weiter runter. Wird doch ein bisschen länger dauern, diese ganze Trip hier. Ich hoffe, ich komme dann auch wieder zurück. Raus. Puh. Also hier komme ich her. Na, da komme ich her. Okay. Also ich baue mal noch für ihr Hexe-Ulab. Ich wollte ja ein bisschen Kulab bauen. Ich bin nicht voll gehealt. Ich esse mal kurz was. Nimm, 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 nimm. Boah, Fledermaus. Verpiss dich einfach nur. Verpiss dich und bist du gleich tot. Dann treffe ich dich aus Versehen, dann bist du tot. Das will ich hier vollkommen ungern. Ich bin hier kein Tierquäler, Tiertüter. Verpiss dich, Fledermaus. Was will die von mir? Also ich habe mich ja schon mal von Fledermäusen erschreckt. Hier in Minecraft. Ich weiß gar nicht, ob ich... Ich habe, denke ich, noch nie im Readlife eine Fledermaus gesehen. Ich weiß nicht, ob ich mich... Ja, ob ich vor denen Angst habe. Aber sollte ich keiner haben. Boah, komm! Tastatur, scheiß nicht ab. In so einem Moment, wo die Kohle da liegt. Komm her, Kohle. Komm her. Tastatur. So, jetzt wieder. Jetzt läuft sie wieder. Boah. Nein. 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 Komm. Boah. So, Tastatur. Scheiß nicht. Fack mich nicht ab. So, hier noch was machen. Hier ist nur Eisen. So, das war es auch fürs Erste. Hier so, zack. Da ist noch mehr Eisen. Hier geht es hoch. Zack. Zack. Okay, ist Ende. Okay, okay, okay. Dann gehe ich mal zurück und brauche mal das Eisen ab, das dort am Liegen ist, beziehungsweise am Hängen an der Decke. Eisen! 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 So, sehr fein. Hier habe ich 25, okay. Ist schon mal etwas für den Anfang. Scheiße. Okay, der ist ja doof. Oh, Gold. Gold ist immer fein. Gold ist immer fein. Ist immer ganz fein. So, ausleuchten, ausleuchten, ausleuchten. Ich gehe jetzt immer... Äh. Ne. Toll. Da ist Lava, denke ich, unten. Da ist nix. Okay, ich gehe mal zurück. Ich höre einen Zombie. Hu, 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 hu. Ich denke, ihr hört den auch. Hu, hu, hu. Okay. Hier ein bisschen Gold abbauen. Schadet ja nie. Gold. Tollalala. So. Gehe ich mal zurück. Ne, beziehungsweise hier. Weiter. Das hört sich immer so nach Monster an. Monster an. Ach, da sind die ganzen Monster. Oh, Labistazuli. Nein. Hu, hu, hu. Knapp entkommenden Zombie. Zombie, stirb. Nein. Stirb, du Wichser. Okay, alles gesichert. Alles gesichert. Ich höre aber... Ach, da... Nein. Nein, da kommt noch einer. Noch einer. Hu. Nein, da ist noch einer. Boah, wie viel. Nein. Nein, sag nicht, da ist Monster spawner oder sowas in der Art. Das sind Blümchen. Oh, Blümchen sind immer fein. Na ja, okay. Die bringen gar nichts. Hier in der Höhle. Aber trotzdem. Hier ist es recht komisch. Hier und da unterirdisch. Blümchen zu finden. Spinne. Tschüss. Creeper. Hallo. Und du auch. Tschüss. Alle Tschüss. Oh, Gold. Okay. Habe ich ja fast übersehen. Hier ein bisschen Gold. Ein Block. Aber trotzdem. Gold schadet nie. Beziehungsweise alle Ressourcen hier in Minecraft schaden nie. Nein. Ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß nicht, was los ist jetzt wirklich. So, stirb, Creeper. Nein, es explodiert. Stirb, Wichser. Nein. Stirb, Wichser. So, da oben komme ich her. Okay, die Lava habe ich schon mal gesehen. Okay, da ist noch mehr Gold. Aber kein Diamanten. Ja, Gold auch nicht. Ich brauche Diamanten. Gib mir Diamanten. Los. Come on. So, 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 so. Okay, dann gehe ich mal weiter. Zack. Die Fackeln gehen leer. Adwein. 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 Aber Eisen. Ich gehe mal hier nur weiter rein. Und du, 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 du. Was gibt es denn noch so schönes? Ich gehe mal bis zum Ende. Also, versuche mal bis zum Ende zu gehen, damit ich weiß, aber da ist nichts mehr. Und dann gehe ich wieder zurück. Und baue dann alles auf meinem Weg ab. Alles, was ich sehe, da habe ich zum Beispiel mit Eisen. Ja. So, Eisen. Hallo. Hallo, hallo. Zack. Zack. So, sehr spannend. Drei Eisen. Ja, war noch mehr Eisen. Hier ist noch ein bisschen Kohle. Brauche ich auch. Weil die Kohle geht langsam leer. Ich muss mal bald neue Spitzhacke craften. Ja, 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 ja. Ich weiß es ja. Alles müsste ja neu gemacht werden. So. 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 Dann lass noch. Zack. Zack. So. Uah. Noch. Ist nichts. Okay. Das da. Und dann das da. Ja, ja. Uah. Okay. Ja. So. So. Mhm. So. Okay. Uah. Scheiße. 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 Hallo. Hallo. Das ist ein Tor. Da ist ein Tor. So. Ah. Ich höre gerade mein PC die ganze Zeit ab. Machen. Weil. Ich weiß jetzt wieso. Der hat mich die ganze Zeit. Der fuckt mich die ganze Zeit ab. Das ist, weil der obere Ventilator meines Gehäuses nicht aktiv ist. Deswegen muss der hinterein ein bisschen mehr pusten. Das ist doof. Dass der hintere nicht aktiv ist. Ne. Der obere nicht aktiv ist. Eventuell hört man den Ventilator. Das wird scheiße sein. Richtig scheiße. Das wird sehr unprofessional sein. Sehr, sehr, sehr. Weil ich versuche hier was professionelles rauszuhauen. Keuch, keuch. Oh. Oh. Da sehe ich Redstone. Redstone ist auch immer gut. Ja. Jetzt kann man gute Schaltungen craften. Aber ich brauche nur so easy Schaltungen. Also so große Schaltungen habe ich ja denke ich schon mal angesprochen. Würde ich hier nicht bauen. Dauert einfach viel zu lange. Und ist auch vollkommen unnötig. Das ist einfach nur so zum Angeben. Guck mal was ich kann. Guck mal. Ne. So was will ich gar nicht. Was will ich gar nicht machen. Ich mach einfach was mir so gefällt. Was so gut aussieht. Was euch so gefallen sollte. Hier ist ein Anderman. Ah hier ist ganz viel cool. Ach kein Bock. Ich geh mal weiter runter. So. Bau ich schon später ab. Vielleicht. So. Hallo Eisen. Okay. Katsinga. Katsinga. Da ist noch mehr Eisen. Eisen. Gold. Hab ich auch noch mal gesehen. Nein. Die Spitze ist weg. So ich brauche ein Craften Table. Früher auf dem Table. Zack. Zack habe ich Stücke. Habe ich Stücke. Nun. Hab ich nicht. Bin ich natürlich hier super bewaffnet. Super vorbereitet für den Höhlen Trip ohne Eisen. Ich gehe noch mal zurück. Ich gehe noch mal zurück. Ich habe Eisen vergessen mitzunehmen. Oh oh. Boah. Bin ich schlau. Aber zum Glück bin ich ja hier in der Nähe des Hauses. Kann ich ja immer zurück gehen. Ich wusste dass ich was vergessen werde. Ich wusste es. Ich wusste zum Glück bin ich noch nicht so tief drinnen. Und kann auch hier easy rauskommen. So. Hier geht es lang. Ja ja. Hier geht es raus. Zack. 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 Und dann geht es zurück. Ein bisschen Eisen besorgen. So. Da ist auch noch ein Craften Table. Boah. Über Craften Tables. Es regnet. Höre ich. Sehe aber kein Regen. Doof. Okay. Ich wollte Eisen besorgen. So. Hier irgendwo sollte es Eisen geben. Dort drüben. 32 Eisen. Ich wusste dass ich nur noch 32 habe. So wenig. Ich kaufte mal hier schon mal. Eine Spitzacke. Zack. Zack habe ich schon mal eine Spitzacke. Wenn ich doch reingehe. Damit ich sofort eine Spitzacke habe. Okay. Geht sie hoch. 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 Rechts. Auf. Alle Türen müssen vollkommen auf sein. Ich habe ja keine Monster. Ich habe keine Angst vor euch Monstern. Auch wenn ihr hier drinnen spawnt. Ich habe keine Angst vor euch. Ich bin hier bewaffnet mit einem Jemanschwert. Aber wenn ein Creeper kommt. Da kann hier Schlechtes passieren. Boom. Und dann ja. Und dann gibt es Probleme. Da muss ich alles wieder neu bauen. Ich habe keine Lust da drauf. So. Soll ich nach unten gehen? Nö. Kein Bock. Ich gehe hier nach links. Ne. Beziehungsweise nach rechts. Und hier dann nach links. Da ist der Crafting Table. The Crafting Table. Bauch mal ab. Zack. Und da war die rechte daneben. Gold. Boah. Nicht nur ein Gold. Sondern mehrere. Mehr Gold. Super Deutsch. Ja. So. 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 Okay. Ah. Boah. Boah. Viel Gold. Habe ich noch nie so viel auf einem Platz gesehen. Scheiße. Das Tor ist wieder abgeschissen. So. Jetzt funktioniert es wieder. Nein. Wieder abgeschissen. Boah. Ich kann es auch manuell ausschalten. Wieder einschalten. Vielleicht hilft das. Was? Scheiße. Ich weiß nicht wo der Ausmachknopf ist. Schade. Ist egal. Funktioniert wieder die Tastatur. Okay. Da ist dann nur ein bisschen hier. Lapsasuli. Nein. Tor. Das war wieder die Tastatur. Abfacken. Tastatur. Fuck nicht ab. Geh mich auf den Sack. So. Okay. Äh. Nach da gehen. Nach oben. Weiß gar nicht. Erstmal das Eisen abbauen. Talala. Nananana. Eisen. Eisen. Nananana. Zack. Eisen. Noch mehr. Noch mehr. Eisen. So. Höh. Ja. Musik gestorben. Oh. Ne. Doch nicht. Ist so ein Song. Hab mich schon gewundert. Höh. Musik tot. Und dann so. Oh. Ne. Doch gar nicht. Kann doch nicht sein. So. Ist so eine Bitch. Du bist so eine Schlampe. Verpiss dich. Ist so eine Schlampe. Habt ihr sie gesehen? Wie die mich angeschaut hat? Wie so eine Hexe. Wah. Da. 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 Seht ihr den Trank? Da. 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 Vergiftungstrank. Die Bitch. Vorbereitet. Nein. Die wirft mich ab. Die hat mich schon vergiftet. Beziehungsweise nicht vergiftet. Sondern mit nem Scheiß abgeworfen. So. Nein. Jetzt bin ich vergiftet. Nein. Muss. Oder? Puh. Die Vergiftung ist weggegangen. Ah. Ich bin nur verlangsamt. Kann ich rennen? Ja. Kann ich aber sehr langsam. Oh. Er hat ein paar Tränke gefallen gelassen. Vielleicht ist da so ein Heiltrank. Glasflasche. Was hast du denn? Direktheilung. Geil. Direktheilung. Cool. Tranktheilung. Direktheilung. Cool. Cooles Ding. Also ich brauche mir normalerweise keine Tränke. Weil ich finde es dauert so lange und so weiter und so fort. Scheiß. Hab ich ihn angeschaut. Sorry. Sorry Ender. Wollte ich nicht. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ja es tut mir leid aber er wollte mich nicht hören. Die haben Angst wohl dass man von ihrer Hässlichkeit weitererzählt. Deswegen greifen sie einen auch dann sofort an. Sie sehen auch so richtig hässlich aus. So da ist ein bisschen Eisen. Komm Eisen. Eisen. Ah ihr sollt hier mit Schaufel agieren. Nicht hier so mit Händen. Mit Händen. So wo hab ich die Schaufel? Hab ich Schaufel. Ja mit der Schaufel. Zack. 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 Und hier läuft hier gerade so ganz chillige Mucker. Chillige Lounge Schmucke. Oder so. Keine Ahnung. Obwohl ich hier in so einer Hülle bin. In einer gefährlichen Hülle. Nein. Chillige Lounge Musik ist zu Ende. So hier ist nix. 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 Okay. Dann ist hier ein bisschen Kohle. Ein bisschen Kohle. Komm her. So Kohle. Na na na. Das ist der neue Beat für den Kohlesong. Yeah. Yeah. Ja. Kohle Song. Nix Kohle Song. Das wäre ja voll gesteilt. Das muss schon anders heißen. Als irgendein Kohle Song. Ja. So. Was muss man hier abbauen? Zack. 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 So. Dann geht's. Mein Inventar ist voll. Was könnte ich machen? Ah. Ich habe. Ja. Nee. Ich habe gar keine zwei Stacks. Okay. Na. Okay. Wenn ich zwei Stacks. Zwei coole Stacks hätte. Dann könnte ich ein. Cooler. Block Stacks anfangen. Zu craften. Also zu machen. Anfangen zu machen. Oder sowas in der Art. So. Lava muss ich jetzt hier verpissen. Pissen. Pissen. Ja. Ja. Lava. Es ist Zeit. Für dich zu gehen. Komm. Verbiss dich Lava. Los. Das ist der Lava Song. Nein. 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 Ich weiß nicht. So. Komm Lava. Verbiss dich. Los. Ja. Komm. Du schaffst das schon. Fast fertig. Komm. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Komm. Bitte. 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 Geh schneller weg. Nein. Ich will gar nicht. Ne. Doch. Die geht weiter weg. Okay. Komm. Komm. Lass das Wasser gepackt. Ja. Ja. Lava. Ja. Lava. Ja. Komm. Ja. 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 Super. 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 Super Job. Ja. Ja. Ja Martin. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Alles gechillt. Alles gechillt. Vielleicht sollte ich den eigenen Glowstone rauswerfen. Der ist nix wert. Ich denke das werde ich auch gleich machen. Den eigenen Glowstone da rauswerfen. Weil zu Hause habe ich denke ich gar nicht vier. Ne. Drei Glowstone. Die ich dann zu einem Glowstone stack. Äh. Block machen kann. Habe ich denke ich gar nicht. Hier ist Wasser. Und da ist Laapis Lazuli. So. Erstmal die Diamantos besorgen. Ganz wichtig. Okay. Was soll ich voraussagen? Das geht weg. Okay. Also der Höhengang lohnt sich schon mal sehr. Ein bisschen Eisen. Ein bisschen Redstone. Ein bisschen Lava. Äh. Äh. Was ist Lava? Ein bisschen Diamanten. So. Das ist weg. Das ist weg. Das ist weg. Ganz ruhig. Ganz ganz ruhig. Ja. Nicht nur. Nicht nur zwei. Ganz chillig. Ganz chillig. Ganz chillig. Ganz ruhig. Hu. Ja. 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 Lava. Ja. 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 Wir wissen noch alle was du genau willst. Nicht Creepers sind Itemstealer. Sondern die Lava ist ein dicker Itemstealer. Also man sagt hier immer so Creeper Itemstealer. Dazu gibt es sogar Videos und so weiter und so fort. Also so. Ähm. Animationen. Und so. Ja. Fünf Diamanten. Boah. Ist geil. Ich habe schon denke ich 14 Mal zu Hause habe ich noch neun Stück. Geil. Okay. Da ist Lava. Bauch mal zu. Zack. Okay. Äh. Blablabla. Da geht es nach oben. Tralalalalalalalalalalala. Äh. So eine. Ähm. Herzteressende Musik. Ja. Beziehungsweise. Ja. Was heißt der. Ich weiß gar nicht was Herzzerreißend. Wo man das genau sagt. Ob das was Tolles ist oder Schlechtes. Herzzerreißend. Hm. Traurig oder. Gut. Also auf jeden Fall bin ich happy. Fünf Diamanten. Huhuhuh. Jeder Diamant ein Sieg. Jeder Diamant ein Sieg. Der muss sich über jeden abbauen. Jetzt jemand. Sieg. 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 Sagen. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ne. Ah scheiß die Aufnahme schon so eine. Nein. So eine gute Höhle. Ah, dauert doch ein bisschen länger die, die, ja, die Höhlen-Tour hier. Die neue. Die ich hier mal so spontan eingelegt habe. Die ich schon länger geplant. Aber wieso auch nicht jetzt. So. Komm. So, ich bringe noch das Eisen hier ab. Das Eisen. Der Eisen? Ne, das Eisen. Das Eisen. Definitiv das Eisen. Oh mein Gott. Ja. Okay, so. Oh, 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 oh. Äh, blablabla. Raus da haben. So, hab keinen Bock da drauf. So, komm. Okay. Okay, ja, so. Mit der Aussicht auf den Diamantenplatz. Wo die Diamanten herkamen. Da raus kamen sie. So, auf jeden Fall. Ja, in der nächsten Aufnahme machen wir dann mit der Höhle weiter. Mit der ganzen großen Höhle. So, auf jeden Fall. Mit diesen Worten wende ich schon noch die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.